Zentral gelegen mit optimalen Parkmöglichkeiten in der Nähe der Ruhrbrücke an der B63 finden Sie die Firma Kretzer. Ein mittelständisches Unternehmen mit langjähriger Erfahrung im Bereich Sanitärtechnik, Solaranlagen und Heizungsbau mit allen dazugehörigen Bereichen. Mit einem gut sortierten und großzügigen Lager sind wir in der Lage möglichst zeitsparend Hilfe. In verschiedensten Situationen anzubieten. Das Material wird mit Hilfe von Scannern aus dem Lager gebucht, so dass eine automatische Materialerfassung und Lagerführung gegeben ist. Freundliche und kompetente Mitarbeiter stehen Ihnen telefonisch und persönlich beratend zur Seite. Schauen Sie bei uns rein oder rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Sie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 END für funk, 2017 ENDE 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 Vielen Dank.